Hi, ich bin Christian. Auf meiner Reise durch Deutschland werfe ich für dich einen Blick in den Arbeitsalltag der Kitas und Krippen von Impuls Soziales Management. Heute führt mich mein Weg nach Gaggenau zu den Murkwichteln. Die siebengruppige Einrichtung ist auf zwei Etagen unterteilt in Krippe- und Kita-Gruppen. Oben warten schon 50 Kids im Alter zwischen drei Jahren bis zu sechs Jahren auf mich. Hallo ihr Lieben! Oh, pssst, hier wird gerade vorgelesen. 24 Mitarbeiter orientieren sich in ihrer Arbeit an pädagogischen Konzepten wie dem Situationsansatz und einem teiloffenen Konzept. Was gerade mir gut gefällt, ist der Leitsatz, die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Es wird ganz viel gesungen und getanzt. Und spätestens in der Turnhalle wird deutlich, dass die Murkwichtel sehr viel Spaß am Toben haben. Bei mir sieht das noch nicht so gut aus. Jetzt will ich aber auch mal die 40 Kids im Alter von sechs Monaten bis zu drei Jahren besuchen, die auf der unteren Etage gerade das Frühstück vorbereiten. Hier arbeiten die Fachkräfte nach Konzepten von Emmi Pickler mit Hengstenberg-Elementen im Bewegungsbereich. Durch das Arbeiten im Schichtsystem bieten die Murkwichtel ihren Fachkräften flexible Dienstplangestaltungen an mit vielen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und natürlich wird auch auf der unteren Etage gerne musiziert. Drei Intensivräume stehen für die kleinen Schützlinge bereit. Wie hier zum Beispiel der Snusselraum, in dem entspannt werden kann. Und das hier ist wohl einer der liebevoll dekoriertesten Schlafräume, den ich bisher auf meiner langen Reise gesehen habe. Natürlich haben die Murkwichtel auch ein tolles, großes Außengelände zum Spielen und Quatsch machen. Und während die Fachkräfte das Tagesgeschehen in der Family App dokumentieren, mache ich ein kleines Päuschen. Liebe Frau Baldamos, was ist denn für dich das Besondere hier zu arbeiten? Das Besondere für mich hier zu arbeiten ist tatsächlich die Räumlichkeiten, weil wir unheimlich viele Räumlichkeiten haben. Wir haben hier ein super dynamisches Team. Also wir bleiben nicht stehen, wir entwickeln uns immer weiter. Da ist einfach die Bereitschaft von jedem da und das macht ganz viel Spaß, dann auch darüber heiß zu diskutieren, ohne dass man Angst haben muss. Also dieses Miteinander ist ja auch ganz, ganz toll und wertschätzend. Hier ist ein sehr schönes und offenes Team. Hier arbeitet jeder miteinander. Ich finde es auch toll. Einfach das große Haus. Wir haben eine Altersspanne von den Kindern von sechs Monaten bis zum Schuleintritt. Man lernt einfach die verschiedenen Altersbereiche der Kinder kennen. Wir haben hier ein super Leitungsteam, das uns ganz viele Freiheiten lässt, uns unterstützt in der Bindungs- und Beziehungspädagogik und jeden so lässt, wie er ist. Und das finde ich eine tolle Sache. Hast auch du Lust, ein Teil der Murkwichtel zu werden? Dann bewirb dich doch bei uns! Tschüss!